Hallo meine lieben Zuschauer und willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA. Heute dabei ist der Zimino 2. Moin. Ja, äh, Kali und so, die machen gerade mal nicht mit, die setzen mal eine Runde aus. Wir machen eine... Was denn? Die setzen eine Runde aus. Ja. Da ist ein... Wo? Okay. Okay, äh, wir machen jetzt gerade eine Ausrüstungsmission für den zweiten. Shit. Junge, musst du jeden mitnehmen? Ich kette nur was aus. Warte, hier kann man es austesten. Oh, Alter. Junge, jetzt war doch ordentlich. Oh, shit. Wir werden beschossen von dem Farmer. Ich werde... So, hier kann man es aber austesten, oder? Ja. Äh, was willst du denn machen? Oh, was hast du vor? Ich möchte... Ja, machen. Oh. Oh, oh, fuck. Alles klar. Oh, Alter. Fahr einfach nicht mal gegen, mach einfach jetzt lieber, fahr mal, ne? Jetzt. Ja, äh, unsere Besion ist es jetzt gerade, äh, zu diesem Nord Rockford Dive zu fahren. Oh, ich bin überwältigt, siehst du das? Respekt. Äh, kannst du, Mike, kurz, äh, auf Non-Club-Pop gehen und mal gucken, was da, äh, mal lesen, was da steht? Äh, äh, Rhythm of the Night. Ja, der drüber. Corona. Corona? Ja, ja, ein Not-O-Pop steht... Oh, jetzt ist es weg. Da stand gerade Corona, Rhythm of the Night. Ja, Corona ist ein Bier. Oh, das ist das sogar so heiß, so heißt das Rhythm of the Night. Ja. So heißt das eine Lied, was übelst geil ist. Ich kenne ja mal ganz... Ah, nee, es ist ja jetzt vorbei, scheiße. Hold, hold it, Oats. Oh, nee. Ich kann, ich kann, man kann, man kann, glaube ich, zehn Sekunden lang das Lied abspielen lassen, ohne, dass man, äh, der kommt, glaube ich, aufs Lied drauf an. Das ist so ein 70er Lied, also. Äh, ja, ich hab, glaube ich, irgendwann mal was gehört, solange der, äh, äh, Typ, der das gemacht hat, äh, verstorben ist, ist das scheißegal. Kann ja sein. Ja, ich glaube, das war irgendwie so, kann ja, weil ich aber auch schon gehört, dass es dann nicht so ist. Die ist so ganz kurz und knabber da in der Nase vor, ich schieße. Aber die Familie kann das dann auch nochmal, glaube ich, anziehen oder sowas. Ja, deswegen, ja. Ach, jetzt ist es genau da gespawnt, wo ich nicht war. Alter, boah. Ich hab bleibende Zeit sechs Minuten, ich glaube, so schnell schaffe ich das nicht, aus dem Gebiet zu kommen. Ich versuche gerade einen mitten in der Fahrt zu töten. Ja, ich hab... Wir haben keine Lichter mehr. Ich hab das eine Mal den Fahrer einfach gesniped. Wir haben ja riesige Fenster. Och Gott, Alter. Fahr an alle Bühlenkräfte. Du fährst überall gegen. Wir haben noch drei Kilometer vor uns. Die, die stellen sich ja einfach nur vor mich. Fuck, ich hab Kopfschmerzen. Ja, dann solltest du was trinken. Ja, nee, dann solltest du einfach nicht mehr... Das mache ich ja gerade, deswegen hoffe ich nicht, dass mein Heli in den Berg kann. Oh Gott. Wäre nämlich ziemlich scheiße. Hey, ich glaube, der ist wütend auf uns. Nicht mehr. Oh shit. Hey, hey. Fahr, du musst fahren. Wow. Ja, jubel. Einmal nicht gut hingeguckt und schon. Alter. Ja. Hände vorm Steuer, das wird teuer. Hände vorm Steuer. Da ist Motorradfahrer. Hände vorm Steuer, das wird teuer. Hände vorm Steuer, das wird teuer. Oh, ich habe kalte Hände, das ist gerade nice. Geradeaus. Was machst du denn? Bleib du ab! Der Blätter ist treu. Gott, ist klar. Nee, doch, Alter. Jetzt, jetzt waren wir wieder zum Punkt, Alter. Wolltest du gerade den Wagen haben, oder was? Rechts rein. Oh, 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 äh, ähm. Schieß auf die Gasanlage. Verdammte Million. Ach du Scheiße. Wir dürfen aber nicht das kennen, dass wir hier... Warte, schießen die Polizisten auf uns? Ja, nicht den Truck hier hinten zerstören, den brauchen wir. Ich weiß. Ja, das Polizisten aufsteht mit dem Weg, das ist explodiert noch. Okay, ich hab's. So, okay, hol' ich mal hin. Klaro, das ist ein paar Fortschritte vor dem Weg, aber... ...Kristen, noch. Ja, das ist so schwierig, schwierig durchzukommen. Näh, mein Kopf, Freire. Ähm, kann man bitte mit dem Atomizer mir helfen? Ja, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Atomizer. So, nehm' ich mir jetzt was, ich steck hinten ein. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. So, fahr, 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 fahr. Ah, wieder zurück zur Basis. Alles gleich. Äh, das, äh... Ja, nach Huawei. Fahrer. Da verpist euch doch mal laußen, wie ich, ey. Mein Gott. Soll ich jetzt anrufen? Ja, mal bitte. Ich will kein Fahrzeug. Oh, geil, jetzt, Foto. Okay, okay. Das ist geil, da war lustig. Na toll, jetzt ist schon eine, äh, Polizei, äh, Anlage da oben kaputt. Polizei-Anlage? Ja, da oben, da nur noch das Rot blinkt. Naja, lol. Sind das denn, äh, zwei Stück zum Schutt. Oh, Straßensperre. Ja, fahr einfach durch, würd ihr sagen, ne? Okay, mein Freund, jetzt, nichts mehr Ramm, nichts mehr Ramm. Wow. Wir haben gerade die Sterne losgeworden. Ja, wir haben jetzt eh keinen Stern mehr. Ja, ja, mach ich, mach ich, Mr. X. Wie sieht denn das hier hinten aus, so? Oh, ganz geschült. Er hat nur hinten so ein ganz, ganz kleines Loch, wo man durchgucken kann. Aua. Ich hab schon hier hinten gesehen, Alter. Also, ich hab nix gesehen. Das ist interessant, hier. Ich stell mal die Sirene aus, sie sind so nervig. Dann fahrst du es aber nicht mehr aus dem Weg. Na, ist das Auto? Ja, ich kann die Tür wieder aufmachen. Oh, Alter. Oh mein Gott. Ich wusste, dass du kommst. Vielleicht haben wir wieder Polizei. Nö, ich hab keine. Noch nicht. Noch. Tür, geh zu. Ich wollte die gerade zu machen. Du musst nur ein bisschen länger chillen, dann macht der Sinn. Nee, die bleibt auf. Nein, die bleibt. Warte mal, ich kann, glaub ich, die, äh, die Tür... Guck mal hinten, warte. So. Nee, die bleibt offen. Nein, die bleibt offen. Ich guck mal bei euch vorbei, ne? Siehst du das, was ich mit der Tür mache? Ah, scheiße, ich hab hier gerade kein Fahrzeug. Okay, ich komm mit dem MOC. Na, super. Diese Tür. Ah, ich hab 5000 bekommen, dankeschön. Guck mal hinten die Tür an. Ja, die... Pass mal auf, pass mal auf, jetzt. Nein, die bleibt offen. Ach, Gott. So, wo seid denn ihr? Äh, wir fahren gleich unter die Militärbasis. Oh, super. Oh nein. Hat jetzt die Irene gerade kurz ausgestützt, genau. Du hast vorne einen Haken dran. Ich weiß. Ich fahr gerade in die falsche Richtung. Warte, ich kann mal was versuchen. Was hast du vor? Militärbasis ist ja irgendwo da. Okay, man kann den Haken nicht runter machen. Darf ich fahren, jetzt? Man kann's machen, wenn du willst. Geh, steck du mal hinten einfach so um. Man kann's auch mit der Tür rumspielen. Ich hab schon Vorarbeit geleistet. Ist relativ gemütlich hier hinten drunter. Ja, ne? Ja, guck mal. Alter, da ist der komplette Kachelmuster, wenn du First Person bist. Oh Gott. Die wird erst mal raus, ey. Oh Gott, jetzt seid ihr viel schneller als ich. Oh nein, ich hab die, äh, den Anhänger abgekoppelt. Ich hab keinen Anhänger. Ja, ich hab ihn abgekoppelt, weil ich mit meiner, äh, MRC kommen wollt. Ich seh's nur, wie du die überfährst, ey. Guck mal, er. Warum steht dir ein kaputtes Auto? What the heck? Okay, wie soll man den so steuern? Mit er? Ja. Okay. Alter, das ist jetzt geil so. Oh scheiße, ihr habt ja Bullen. Wir sind die Bullen. Ihr seid die Bullen. Hi. Alter, diese Kameraansicht ist geil. Oh scheiße. Oh, ich seh nichts, ich seh, da sind nur Blumen. Ich seh nichts. Oh, jetzt seh ich wieder was. Ey, nicht kaputt machen, wir brauchen das Ding. Kaputt machen. Ihr habt einen riesigen Panzerwagen und ich einen Laster. Er hat kaputt gemacht. Kann ich in der Ego-Perspektive, warum wieder das denn? Strip vorwärts. Oh scheiße, warum fahr ich weiter? Da ist von der Strip. Nein, nein, nein. Hohoho. Hab ich dich gerade überfahren? Ja, ich glaub schon. Ich seh das, ich bin gerade in einer ganz anderen Kameraansicht. Buggy. Let's go. Oh scheiße, ich bin, äh, ich bin kurz vor Tum. Alter, im Video sieht das übrigens geil aus. So, wo ist er, wo ist er, da ist er. Ich seh nichts, ich seh etwas schräg. Fahre ich gerade richtig? Mit dem, äh, hier mit diesem komischen Universal-Raketenwerfer. Keine Ahnung, was ist das? Das ist das. Wenn ihr das Video anschaut, das sieht jetzt geil aus. Was, der Film ist besser. Kannst du denn so fahren? Oh Gott. Boah, Alter. Ich seh nicht, dass Rad da ist im Auto. Meine lieben Freunde, es gibt den leichten Stauf der A1. Guck mal, Alter. Ich hab mich gerade nur so gewundert, ob ich richtig fahre. Da ist ja... Oh, Fali kommt. Nein. Fali hat so einen, äh, Sportwagen, der kann durch... Sportwagen. Achso, äh, oh. Machst du mal die Tür zu ihm? Oh Gott, oh Gott. Oh wow. Oh wow. Da kann ich jetzt nichts für. Nicht zerballern, das ist blöd. Das ist. Oh Gott. Alter, ihr müsst das gleich mal im Video anschauen. Das ist so dumm. Ich freu mich schon. Ich seh nicht, da ist ein Laster vor. Oh, jetzt. Manchmal seh ich einfach... Ja, die Kameraperspektive war vor ihm Laster, so konnte ich nicht sehen, was dahinter ist. Ich seh jetzt, da war ein Busch. Oh, wo ist das Simian? Ist ja nicht... Der ist jetzt hinten drin. Er hat nur die Tür zu. Oh, fuck. Perfekt geparkt, Alter. Oh, du schießt er mich an, ey. Ich hab dich nur mit einer Kugel geschossen und dich einmal getroffen. Das geht doch nicht. Was machst du? Wir brauchen den. Wie, ihr braucht den? Wir brauchen den, das ist für eine Mission. Achso. Oh. Ja, moin. Wir mussten den klauen. Du fährst erst mal gegen Laternen fallen, nice. Zieh mir auf ihn abzuballern. Okay. Mach die Tür zu. Und Kali, du hast auch auf. Ups. Ich liebe dieses Teil. Warte, ihr haltet hier. Ich sehe halt die Kamera. Ja, du sollst vielleicht nicht nur auf mich gucken. Ich guck gerade auf das Ding. Du weißt ja, du musst erst gleich mal ein Video anschauen, wie das ist. Ja, mach ich doch. Nee, jetzt. Okay, jetzt bist du auf mich gefahren. Oh, fuck. Was? Ich sehe nur, wie sich die Autos überschlagen. Ups. Es tut mir leid, ich hab sie nicht gesehen. Okay, den hab ich wirklich fast nicht gesehen. Oh, fuck. Ich sehe. Achso, stimmt, ja, da ist eure Basis. Ach du Scheiße, er kommt zurück. Fahr schneller, fahr schneller. Los, los, los. Ich versuche gerade nach dem Navi zu fahren. Äh, oh, Ausfahrt verpasst. Ups. Hey, da ist die Lina in der Linie. Bereite dich auf die mutwillige Zerstörung vor. Ja, gerne doch. Puh, das ist ein Baum. Danke gleichfalls. Bei mir auch. Hä? Achtung. Bin gerade auch gegen den Baum gefahren. Kann die Kamera aber mit dir ordentlich machen? Dankeschön. Äh. Also für einen Geländewagen ist das Teil echt nicht geländetauglich. Man darf nicht in dieser... Man darf nicht in dieser Perspektive fahren, Alter. Mag ich mal einsteigen? Äh. Bist du gerade ausgestiegen? Ja. Ich bin schon lange drin. Warte mal, warte mal, bleib, bleib stehen. Bleib mal stehen. Versuch es doch, versuch es doch, versuch es doch. Okay. Wir machen jetzt direkt die... Ähm. Wir machen jetzt eine Vorbereitung. Oh, du schaufelst mich auf. Ich versenke dich. Nein, ich hör auf. Äh, du werbelst. Hä? Jetzt hockt er hier drinnen. Machen jetzt erste Vorbereitung. Ja, kann ich gerade so mitmachen. Ja, kann ich. Weil... Du musst auf... Ähm, aufgrund dessen, dass wir jetzt die Aventure clounen. Wee. Du musst auf T drücken, damit wir öffentlich, ne? Weil du hast auf Z gedrückt. Wie auf Z gedrückt? Ja, Z ist für Organisationen, oder? Äh, Team. Nein, bitte nicht. Nein. Ich schieb dich da runter. Nein. Also, ähm. Es könnte jetzt sein, dass das Video jetzt ungefähr 40 Minuten lang wird. Sagen wir so. Wir werfen den Berg runter. Okay, ich geh ja schon. Oh, scheiße, da ist Wasser. Ups. Upsi, dopsi. Ich kann ihn nicht einladen. You're in a crow. C-O, falls du nicht lesen kannst. C-O-W. Geht nett. Geht nett. Na, super. Wir sind in einer Mission. Ja, äh, gut, da machen wir eben mit Krieger. Ah, he, 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 he. Also, Krieger. Ähm, du hörst mich doch, ne? Ich hab keine Ahnung, aber du hörst. Ja, der müsste dich eigentlich hören. Also, wir machen jetzt die erste Vorbereitung. Bam. Bam. Äh, warte, 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 warte. Hey, wo ist... Nein, ich wollte doch au au. Ich wollte au au, okay. Und kaputt. Wow. Äh, du hast mir eine Einladung geschickt. Ach so, stimmt. Ja, müsst ihr auch annehmen. Open Lobby-Mission-Ding. Da. Krieger, kommst du? Äh, ausmachen. Perfekt. Ich hab keinen Bock auf Radio. Schwerste Panzerung aktiv. Perfekt. So, Munition für alle kaufen. Schwerste Panzerung kaufen. Oh, Gott, nein. Warte, 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 warte. Äh. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Ich kann ja nicht einfach mit einem Baseballschläger starten hier. Ich denke, ich starte gar nichts. Doch, man kann Anfangswaffe wählen. Ja, weil es ist auch kein Fall ein Baseballschläger. Nicht schon wieder. Ich hab Präzisionsgewehr, auch scheiße. Alter, das war ein Tor. Phantom. Das sieht doch geil aus. Äh, okay, wir müssen zum Flughafen von Los Santos kaufen. Äh, verkaufen. Wir kaufen uns einfach mal. Wer fährt bei mir mit? Ich hab einen Motorrad. Ah, nee, warte, ich muss alleine fahren, sonst will ich zu langsam. Ich habe einen Elendewagen geholt. Einen Schoenford Raptor. Er steckt noch Sponsored. Nein, wir können sogar nachts Licht anmachen. Ja, weil die unser Licht an... Die machen dann deren Licht aus, damit wir die nicht sehen können. Wird das jetzt sehr schwer, die zu holen? Nein, das ist richtig einfach. Aber ich fliege, klar. Ich würde immer fliegen. Ich auch fliegen. Ich darf die beinfliegen, ansonsten stoppe ich die Aufnahme. Meine Hydra kaputt gemacht. Ich habe zwei Personen überhaupt nicht, aber mit vier müsste es in Ordnung gehen. Das geht, das habe ich zu dritt geschafft und da haben nur zwei Leute was gemacht. Ich und ein anderer. War richtig easy. Oh, da ist er. Ups. Ernsthaft. Was denn? Hab ich da einen Wagen berührt? Oh, fuck. Alter, was denn das für eine Scheiße hier? 13 Kilometer müssen wir fahren. Ach du Scheiße. Oh, ein bisschen weit, ne? Bisschen auch mitten in die Stadt rein. Ich weiß, wie ich schneller zum Flug... Oh, fuck. Ne, die kommt ja wahrscheinlich, ne? Nein. Es geht über den Berg. Nein. Ich gehe den direkteren Weg. Ah, über Militärbäst ein Jet holen. Ach so, stimmt. Das geht auch. Ja, warte, bis zum CEO. Das heißt, wir werden nicht angeschossen. Wir nehmen einfach den normalen Weg. Ja. Wir sind ehrenmänner. Wir sind ehrenmänner. Alter, wie schnell fahr' ich? Ich überhol' dich gleich. Was fährst du denn da mit dem Sportwagen? Wir gehen nach der Avenger-Dual-Kapabilität-Aerkraft. Es wird immer noch fliegen. Unter der Variante kann ich sogar wenig Schroberfliegen. Wenn du gar nicht fliegst, willst, sonst wird die... Oh, scheiße, das bist du! Oh, ne, das machst du nicht. Also, das Ding hat Autopilots, bloß zu wissen. Alter, geht doch nicht auf meine Seite. Mein Gott. Dann holt er mich einfach. Ja, klar. Du wachst dich einfach nach vorne. Ja, weil ihr schlechtes Internet habt, wie oft noch. Hä? Der Typ hat sich doch gerade hingelegt, oder nicht? Ich hab' den grad fast umfahren. Äh, der hat sich schon auf der Seite gelegt. Oh, äh, Codierung überlastet. What, äh, wie denn? Ich hab' auf die höchste... Nein, 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 nein. Ich hab' auf die höchste Codier-Einstellung, die geht. Also, könnte sein, dass er jetzt grad' den Video bedeckt hat. Sowie dafür. Und schon wieder. Ich glaub', das Ding fährt einfach zu schnell. Äh, Schild? Ah. Mein CDU ist zu 12,4% ausgelastet, also was will der? Also, was will dann, äh, was will dann die Aufnahme gegen mein Fahrzeug machen, Alter? Ich fahr 120. Ich hab's mir ab, wenn sie ja mal mit dir schon mal gefahren. Hä, Amateur, ich pack mit 120 Rückwärts ein. Autsch. Aber dafür fahr' ich mit 100 Grad aus. Scheiße. Überholst du mich kurz? Ah, das ist Krieger. Aber ich hab' einen Händewagen und du fährst mit nem Supersportwagen, also wer, äh... Krieger fährt mit nem Bugatti oder was das ist? Krieger, was ist das für ein Auto? Äh, ein... Ein Weppet-Karra... Kann ich mit Krieger sein, ne? Achso. Äh, das müsste ein Tourismo-R sein. Nee, er hat so'n Art Bugatti-ähnliches Ding. Äh, nee, ich hab' ihn mit nem Tourismo-R gesehen. Während Krieger mit seinem Zentorno gefahren ist. Hm. Wow, wow! Wo seid ihr denn eigentlich, ja? Das Ding hat mich einfach auf die andere Spur geschleudert. 7 Kilometer weit weg vom Flughafen. Ja, ich bin grad von meinem Autorrat geflogen, weil irgendein Auto mich auf die andere Spur gelockt hat. Ach, Gott. Ich bin gleich da, Herr. Ich muss noch 5 Kilometer fahren. Ja, wie... Wie lässt... Äh, wie riecht mein Gas? Ja, ich riech's nicht. Ich bin ganz weit weg von dir. Ich brenne auf der anderen Seite der Map. Nimmst du den rechten Weg, oder was? Ja... Ob jetzt ein Direktor. Er hat doch gesagt, wir sind direkt da. Also, ich find' den Weg nicht so direkt da, aber... Äh, wir sammeln uns jetzt alle, okay? Als Krieger, was mich hörst, wir sammeln uns jetzt alle an einem Punkt, damit wir nicht einzudrehen gehen. Weil sonst haben wir eh keine Chance. Man kann eh nicht einzudrehen. Ich hab' die Mission schon mal gemacht. Achso. Ja, weiß ich ja. Okay, ich bin gleich da, aber... Wir kriegen alles knapp hinter dir. Äh, knapp, sagen wir, aber nicht sagen. Alles klar, ich komm mir nicht rein. Ja, weil du das einfach zu haben musst. Ja, aber wir uns da versammeln müssen. Ja, aber ich hab' den falschen Weg genommen und der heißt, geht nicht auf. Achso. Oh, mehrere Wetterhanger. Oh, mehrere Wetterhanger. Ich sehe keinen Grund dafür, dass ich nichts außerhalb von einer smoothen Operation hier erwartet habe. Na ja, wir warten erst mal. Und, wie hat so unser Gas euch geschmeckt? Oh mein Gott, ich weiß jetzt nicht, ob ich gleich den richtig geilen Mundsersland hin kriege. Ja, wünscht mir Glück. Das war ein bisschen zu langweilig. Als wenn... Das Motorrad hat sich an dem Zaun verfangen und ich bin über den Zaun. Ja, super gemacht, ne? Thor, geh auf. Ich kann über alles reden, das weiß ich ganz genau. Oh, die Tora sind weg, lol. Ich glaube ja, die sind auf. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Nee, die sind weg. Bitte nicht. Hä? Wo ist mein Motor? LOL! Mein Motor... Wie kann ich jetzt nicht einfach hier drauf fliegen? Ah! Wie weißt du, hast du es noch, Kali? Äh, ich bin gleich da. Ich fahr gerade auf die Rampe zu. Ah ja. Back to work! Wir dürfen keine Sterne kriegen, Leute. Hört auf. Hört auf. Wir dürfen keine Sterne kriegen, hört auf. Ich fahr gleich alle zusammen. Äh, keine Sterne. Warte, haben wir verkalkt. Der Motor hat auch, ja. Hast du da gerade ne Haftbombe mitrein gemacht? Oi! Kreisgler! Okay, alle jetzt in den Gamekreis, bitte! Warum? Äh, alter! Einsthaft! Wir werden jetzt einfach alle unsere Arbeit stehen und liegen lassen, umdrehen. Äh, warte mal, dass du zu viel spielen kannst. Oh, mein! Oh, mein! Oh, mein! Oh, mein! Oh, mein! Oh, mein! Oh, ja. Seid wir schon mit welcher Taste? E? Äh, ich hab keine Ahnung. M? E? Ah, ja. Oh, alter, ihr seid alle so nackt. Wo sind die denn, alter? Ihr versteckt euch irgendwie. Ja, die sind in Deckung. Ein Typ steht da oben. Passt da so auf. Ja, versteckt dich doch, alter. Alter, die halten viel zu viel aus. Äh, ich hasse Mario Welber. Äh, wo wär' ich denn abgeballert? Ja, bleib doch zurück. Bin ich doch. Okay, äh, Inventars, ey. Alter, ich werd schon wieder angeballert. Mein Gott, ich find auch, auch keine Deckung. Da oben steh ich nicht. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Dann heil dich. Ja, geht schlecht, wenn ich von überall abgeballert werde. Samar mal lecker. Ach. Keiner. Hab' ich auf jeden Fall gesagt. So, ich bin wieder voll. Oh, noch einer. Und zwei. Oh, die stehen direkt hinter dem. Das sind mehr als einer. Oh, ja, ich seh's, ich seh's. Oh Gott, oh Gott. Ich steh nach oben und mach's. Mach die Generator wieder an. Ja. Hä? Alter, wo kommt? Die sind alle vorne und hinten, hä? Aua, 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 aua. Ja, super. Die kam plötzlich von allen Seiten. Hä, wer ist noch gestorben? Nimi, ganz am Anfang. Ja. Weißt du, bist du ganz am Anfang? Ah, du. Nein, ganz am Anfang nicht. Also, reingehend sind. Bin ich schon sofort gestorben. Neustart. Eintruch. Oh, Alter, warum hab' ich so Kopfschmerzen? Aber guck mal, Alter, die standen plötzlich einfach... Aha, die waren alle über uns. Aber Krieger, warum hast du dich gemütet? Weil Mr. X direkt neben ihm sitzt. Warum hab' ich diese Scheiß-Presse-Somst-Pistole? Weil du die ausgewählt hast. Äh, wie gesagt, es wird der Zwänger werden, wir sehen uns schon bei 30 Minuten. So, was? Stopp, muss ich reingehen. Warum nicht? Weil sonst hätten wir jetzt gucken können, wo der Generator war. Die sind hier oben. Nein, die sind oben. Ja. Ihr habt Taschenlamm? Wie sagt ihr Taschenlamm? Äh, weil wir die angebaut haben an unsere Waffen. Okay, hier oben könnt ihr euch reinstellen. Nein. Jesus Christus, ich wär' von einer Seite geschossen, hier so. Hä, ihr, ja, ihr seid viel zu weit vorne. Ines Tod? Warum rutscht ihr so rein? Ich hör' nicht rein, ich versteck mich hier oben. Ihr seid viel zu, äh, weit vor. Ich bin aber auch sonst keine Deckung. Ja, hier oben ist Deckung, wo ich drin stehe, ist Deckung. Hier oben ist gut Deckung. Aua, von wo? Als, wenn, als, hat ihr mir einen Headshot gegeben. Mann. Man kann sich echt nicht, ne? Doch, Karma. Ich schaff's doch auch jedes Mal. Ich denke, wir sollten erst mal am Anfang alle sofort abknallen, da können wir wieder die Generatoren machen. Was denkst du, was wir die ganze Zeit machen? Und so was anderes? Ja, ihr schon. Ja, Krieger ist rausgegangen. Na super. Also zu dritt. Eie. Ja, das schauen wir. Äh, warum hier? Achso. So, bevor wir jetzt auf vorn stürmen, also da oben. Die sind ganz oben, wir können hier... Jetzt ist es gerade, wir sind mittendrin. Wir sind zu viert. Nicht so weit vor, Leute. Es ist ein Ambush. Rommain calm. Defendet euch, bis wir können einen nächsten Schritt finden. Scheiße, ich seh nur Kugeln, wie die rumfliegen. Taschenlampe bringt gar nichts. Ja, du solltest vielleicht auch, äh, Nachtsicht anmachen und nicht Taschenlampe. Aber Taschenlampe müsste eigentlich auch was bringen. Ich fäng mir schon wieder keine Neckung. Ja, nee, nee, nicht so viel wie Nachtsicht. Ja, warte, zehn von oben kommen welche. Da ist gut, über dir, über dir. Ab den Typen. Heil dich. Heil dich auf jeden Fall. Jetzt kann sich keiner mehr abballern, außer von... Ich bin vollkommen... Ach, da oben. Ich krieg Fallen, die Labbe. Ja, ich will das sehen, Team. Ja, ist ja gut, Lister. Leute, da ist gerade eine Runde gefallen, wollt ihr das? Ja. Nee, das war halt der Typ da oben. Hab ihn Headshot gegeben. Auf nach oben. Der geht schon mal. Nein, noch nicht. Obwohl, doch. Go, go, go. Simi, du, willst du von der Unten Stellung halten? Ja. Okay. Ach, da hinten bist du... Ach, ganz nach... Oh Gott. Ja, ganz hoch. Sind da echt auch Generatoren bei meinem Hunger? Ja. Ja. Alter, da... Was macht... Jetzt, Juni, du kannst ja nichts... Ach, du Scheiße, überall. Ich krieg wieder schon voll in die Labbe. Ja. Äh. Warte. Ich werd... Ich kann... Wenn die mich anschießen, hehl ich mich ganz halt. Ja, äh, geh einfach unter dieses Ding so. Geh einfach unter das Ding. Aua. Fall den Kopf rein, Alter. Hä? Er hat auf einmal aufgehört zu schießen. Aua. Und Krieger ist auch tot, wow. Haben wir aber länger durchgehalten. Äh, das wird was, Alter. XXL-Folge. Wie immer. Ne, die letzten waren ungefähr normal. Schwerste Panzerung, Mama. Habt ihr alle schwerste Panzerung aktiviert? Ja. Ja. Ich hab irgendwie 10 Stück gekauft oder so. Zumindest gefühlt. Mr. X, sonst kannst du ja an den Laptop von Krieger gehen, dann kannst du ihm da helfen. Dann kannst du für ihn spielen. Ja, so kann er auch mitmachen. Stimmt. Ich stell mir grad so vor, wie ihr beide so nebeneinander da sitzt. Mach mal das. Mach mal das. Ja, klar. Oh, scheiße. Die Deckung wollte ich nicht. Ich, ich. Ich geb euch wieder Deckung von hier hinten. Ey, der zieh mich, dann nimm da meine Deckung, ey. Alter, jetzt sind... Dann muss ich wieder nach vorne rennen. Von wo, Alter? Schalt die Nacht sich dann. Ja, falls hab ich doch schon. Ich hab keine Taschen, ein paar so. Da. Von wo? Alles gleich, geh zu deiner Position. Da warst du schon wieder. Ja, eigentlich. 6. Na, super. Die kriegen dann mal mega schnell. Oh, ist das schwierig. Eigentlich ist es nicht so schwierig, aber... Okay, wir bleiben jetzt alle am Anfang und gehen nicht vor. Das mach ich die ganze Zeit. Ja, ich bin auch am Anfang. Ich bewege mich kein Stück. Ich hol dir schon die ganze Zeit ne Sniper hinter der Deckung raus und baller die ab. Ja, ich hab keine Deckung. Weil von rechts schießen welche, von links schießen welche. Ja, und von oben auch nochmal. Und von vorne. Also so hast du kaum Deckung. zurück. Nee, nein, danke. Dann kriegen wir die erste, da kriegen wir uns als recht, wenn wir aus der Deckung gehen. Warte, warte, schau mal. Bewegt euch mal noch nicht. Ich, 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 ich kenne sich nicht mehr für mich schon. Schießen. Nö. Hey, warum geht er denn aus der Deckung raus? Ich kann meine Nachtsicht nicht, ja, jetzt. Achtung von oben. Ich kann mich mit dem Typen oben. Alter, ich krieg schon wieder in die Labbe. Okay, einen Typen hab ich. Alter, als ob die drei Sniper-Schüsse aushalten, ey. Aua. Oh Gott, ich krieg irgendwas. Hier hab ich noch nicht. Alter, ich bin wieder tot. Nicht so schlimm, wir haben noch Leben. Mein Gott, jetzt sterb doch mal. Hä, von wo? Von da. Dort. Ich steh ganz hinten, ganz hinten in der Ecke. Ja, du hast gar keine Deckel und du stehst in der Mitte. Ich weiß, weil man da auch keine Deckung finden kann. Ach, ich stell mich hinter den Pfosten, Alter. Ja. Es ist mehr Deckung, äh, als einfach in der Mitte zu stehen. Ich steh hinter den Pfosten und schieß dann nach rechts. Du solltest rechts, wenn du ganz rechts an die Wand gehst. und er dich da an den Posten stellt, dann geht das. Dann kannst du die Leute links abballern und ich schieß die Leute rechts ab. Ich baller schon die ganze Zeit links und Mitte ab. Aber erzähl mich, zeigt dir gleich wo. Ja, ich weiß, was meinst du. Aber ich denke, das bringt nichts so. Doch. Doch. Sonst wär Red Gamer gestorben. Hm. So, du stellst dir jetzt hier rechts, ist ein Pfeiler. Nicht der da vorne, sondern der hier hinten. Guck mal, der da. Der da. Wo ich jetzt den schlage. Perfekt, genau. Komm da. Ja. Und ich kümmere mich um die, die hier rechts sind. Der Typ da oben. So, jetzt. Q drücken, ne? Ach, wirklich? Das hab ich ja nicht gemacht in GTA. Ja. Ja, deswegen zeig ich's dir. Wo soll ich jetzt falsch Richtung gucken? Wie kann ich mich nochmal umgucken in der Deckung? Äh, wie umgucken? Ja, dass ich da nach rechts gucke oder so. Ja, einfach B, A, S, D. Oder, beziehungsweise A und D. Okay, warte. Wo ist der Typ da oben? Habt der Typ oben schon? Ne, ne? Doch, den hab ich schon lang. Alles klar, ich glaub wir haben die so gut wie... gut erledigt. Ouch. Ne, die Treppe hoch. Okay, los. Noch? Noch nicht, okay. Dann stell mich. Wir müssen noch ein paar erledigen. Ja, ich will sofort den. Ich schieße einfach irgendwo rein. Mal gucken, ob ich das treffe. Ach, da oben. Irgendwovon, wovon, wovon... Hab ich das von oben? Warte, ich muss... Entdeckung, Deckung, Deckung. Ja, Alter, das ist keine Entdeckung, du Vollidiot. Stirb, du Bastard. Alles nett. Was? Ja, ja. Voll. Der steht hier am Pfeiler. Ich kann ihn nicht treffen. Hä? Bist du tot? Ne. Äh... Was macht der da? Hä, was macht der da? Alter. Alter, der Flügel von Avenger blockiert das. Mein Gott. Die Hinteren haben anscheinend nur Shotguns. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Fuck. Rennen. Rennen. Versteck dich. Rennen. Nein. Seid ihr schon oben? Ich geh jetzt hoch. Kriegerkrieger schreibt Gott. Ja, okay. Geht mal hoch, wir... Kannst du die alle von oben kriegen? Vorsicht, aber die kommen jetzt auch wieder von hinten, ne? Nein, ich sollte... Ich könnte vielleicht noch einen zweiten hier oben gebrauchen. Ja, ich bin hier voll live, irgendwie. Es kommen jetzt noch mehr, wenn ihr nach oben geht. Ja, ja. Ja, deswegen, ja. Aua, Aua. Ich werd grad abgeballert. Von irgendwo. Na, toll. Ich hab ein viertel Leben verloren. Hei dich. Au! Alter, Alter, ich krieg übelst Schaden. Ja, geh in Deckung schnell, ganz schnell oder hei dich. Hei dich. Ich muss ja aus der Deckung raus, damit ich... Ja. Oh, super. Jetzt steh einfach... Einfach heilen. Ja, das wollte ich grad machen, aber dann... Ja, aber in der Deckung. Ja, aber ich wurde in der Deckung abgeschossen. Hast du nicht hinter dem Stromkasten? Ja, war ich. Da konnte man abgeschossen werden. Ja, dann musst du halt näher zur Wand laufen. Oder einfach, hättest du einfach wieder zurücklaufen müssen hinter dem Pfeiler. Nee, hinter dem Stromkasten, wenn man näher an die Wand läuft, dann kriegt man nichts ab. Ich glaub nicht, dass es heute noch was wird, Alter, ich glaub, das wird wirklich ne... Ich mach, glaub ich, zwei Parts. Wir werden schon 40 Minuten. Wisst ihr was, Leute? Wir sehen uns einfach im zweiten Part wieder. Macht's gut und ciao. Euer Dwight Gamer.